Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur vierten Episode der politischen Anomalien und gleichzeitig auch der sechsten Folge, die wir drehen. Es ist also ein wenig verworren, heute mit einem ganz speziellen Thema. Deshalb begrüße ich euch auch mit den Worten Dedeq Hil. Das ist tschetschenisch, bedeutet guten Tag und war wahrscheinlich zu 100% falsch ausgesprochen, was aber überhaupt nichts macht. Ja, Frank Stoner und ich werden uns heute mit dem Thema der Republik Tschetschenien beschäftigen. Ja, und wir umschreiben das Ganze mal so mit dem Begriff die Großmacht von morgen? Ein sehr interessantes Thema, ein kleines, aber doch bedeutendes Land mit einer ganz eigenwilligen Geschichte, wenn man so will. Aber vielleicht übergebe ich mal das Wort an Frank. Wie geht's dir heute? Bist du fit und bereit für diese Reise in den Kaukasus? Aber klar, Charles, immer gerne. Es freut mich jedes Mal, mit dir zu plaudern. Und in der Tat, heute ein interessantes Thema Kaukasus. Ey, boah, Kaukasus könnte wahrscheinlich mehrere Folgen machen, weil da gibt es mehrere so kleine, interessante Länder, alte Länder. Kaukasus ist auch so ein ganz alter Ort von Kultur überhaupt. Ich meine, heute im Englischen unsere Hautfarbe, wir gelten aus Caucasian und sowas, also Kaukasier, Ursprung von Kultur, von Moderne. Nein, nicht von Modernen, aber halt, das reicht so weit zurück. Ich glaube sogar, ich habe irgendwo mal gelernt, dass die Erfindung des Rats sogar im Kaukasus lokalisiert wird. Also es ist ein super spannendes Thema. Und wir blicken aber konzentriert auf Tschetschenien. Und da muss man dann schon fragen, was bringt uns dazu, Tschetschenien jetzt in die politischen Anomalien mit einzureihen? Denn was wir bisher besprochen haben, das ist sehr offensichtlich. Lichtenstein, dieses kleine Fürstentum, mitten in Europa ganz seltsam, die dann weltweit irgendwie Geschäfte machen. Wir hatten Washington D.C., wo es auch völlig offensichtlich ist, dieser Sonderstatus. Genauso wie bei der City of London, die wir so als den Urgroßvater von diesen exterritorialen Gebieten identifiziert haben. Was hat es mit Kaukasus und speziell mit Tschetschenien auf sich, dass wir diesem Thema jetzt so viel Aufmerksamkeit bitten? Wie ordnen wir das ein in politische Anomalien? Ja, zum einen ist diese ganze Kaukasus-Region und vor allem der Nordkaukasus im gewissen Sinne eine Region, die man als politische Anomalie betrachten könnte. Aber die Republik Tschetschenien noch, ja, aus mehreren Gründen ganz besonders. Zum einen sprachlich handelt es sich hierbei um ein Volk mit einer Sprache, die eigentlich mit kaum einer anderen Sprache verwandt ist. Also es ist eine ganz kleine Sprachfamilie, anders jetzt als zum Beispiel die indogermanischen Sprachen, wo Verwandtschaftsbeziehungen von Irland bis nach Indien reichen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass dieses Volk historisch immer wieder sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es extrem kriegerisch war und militärisch sehr erfolgreich, auf der anderen Seite aber niemals ein Großreich begründet hat. Es gibt auch keine Eroberungszüge der Tschetschenen. Also ihr Kriegertum letzten Endes ist ein passives, ein Kriegertum, das darauf ausgerichtet ist, ihre Heimat zu verteidigen. Insofern auch beachtenswert. Und dann der wichtigste Punkt vielleicht ist der, dass Tschetschenien, das werden wir uns auch gleich auf der Karte anschauen, winziger Landfleck und eigentlich auch relativ wenig besiedeltes Gebiet, innerhalb Russlands so eine starke Sonderstellung sich erarbeitet oder erkämpft hat. Und Russland, wie gesagt, ist zwar keine Supermacht mehr, aber zumindest eine Regionalmacht von Weltrang. Und innerhalb dieser Regionalmacht von Weltrang ist Tschetschenien in gewisser Weise im entscheidenden Maß an diesem Machtkomplex beteiligt. Und es mischt sich bei dem Tschetschenien-Thema irgendwo Macht und Ohnmacht miteinander. Also zum einen sind die Tschetschenen als Nation diesem riesigen Russland ausgeliefert und unterdrückt. Und auf der anderen Seite sind sie auch sehr stark und nehmen innerhalb Russlands mächtige Positionen ein. Und das hat uns eigentlich dazu bewogen, zu sagen, wir zählen diese autonome Republik Tschetschenien mit zu den politischen Anomalien. Auch wenn es sich nicht jetzt um ein extraterritoriales Gelände handelt oder irgendwie, ja, ich weiß es nicht, solche Fälle wie die City of London, was wir da hatten. Aber es ist doch etwas, was so aus dem Rahmen fällt politisch. Und es lohnt sich überhaupt ein genauerer Blick darauf, weil Tschetschenien sind ja auch in unserer Zeit, kommen die auch immer wieder in den Schlagzeilen vor, in den Nachrichten vor. Meistens im Zusammenhang entweder mit Terrorismus oder aber auch mit organisierter Kriminalität. Zuletzt erst vor ein paar Monaten im französischen Dichon, da gab es doch über mehrere Tage so Straßenschlachten zwischen Tschetschenien, die aus ganz Europa gekommen sind oder aus ganz Mitteleuropa und irgendwelchen nordafrikanischen Drogengangs. Und da geht es auf einmal voll ab in der Stadt und der Startschein überfordert. Also so nehmen wir die Tschetschenen halt wahr. Also wir nehmen die wahr als sehr enge Ethnie, die sehr eng zusammenhalten, die sehr clanorientiert ist und die halt wirklich zueinander beistehen. Und gleichzeitig nehmen wir die auch als militaristisch auch wahr. Und vielleicht ist es deswegen auch interessant, irgendwie da mal ein bisschen tiefer einzusteigen in diese Geschichte, auch zu schauen, was wir dort alles entdecken. Um auch sozusagen jetzt nicht nur auf so einem oberflächlichen Urteil, ich will es keinen Vorurteil nennen, weil Tschetschenen sind, also es gibt diese Geschichten ja auch, aber um nicht nur so ein oberflächliches Urteil zu haben, sondern halt wirklich auch mal zu gucken, was sind das für Leute, wo kommen die her, was ist diese Geschichte? Und tatsächlich, der Kaukasus hat so viele interessante Aspekte. Und ja, heute also Tschetschenien. Wie steigen wir denn ein in das Thema? Ja, wie steigen wir ein? Wir schauen uns wie so oft als erstes mal eine Karte an, oder mehrere Karten und nähern uns darüber eigentlich der Historie dieser interessanten Region mal an. Und zwar schauen wir uns als erstes so eine Karte an, die einmal zeigt, wo in Russland Tschetschenien überhaupt liegt. Ja, jetzt sehen wir hier auf diesem Bild, sehen wir Russland. Russland und einige Gebiete sind grün eingezeichnet. Ja, und das sind die Republiken oder autonomen Gebiete, also in Russland hat jedes Gebiet so einen eigenen Rechtsstatus, die muslimisch geprägt sind oder eine muslimische Bevölkerungsmehrheit haben. So etwas zentral, da sehen wir Tataristan. Tataristan, aber links unten im Bild, das sind die Kaukasus-Republiken. Und dieser unterste linke Zipfel, ja, das ist Dagestan. Und davor kommen dann Tschetschenien und Ingushetien. Und das einmal praktisch so als grober Einstieg, um uns das jetzt aus der Nähe anzusehen. Und hier sehen wir auf dieser Karte, sehen wir diesen Flickenteppich des Kaukasus aus Völkern und Sprachen. Und man muss diesen Kontext verstehen, um überhaupt einordnen zu können, wo Tschetschenien überhaupt liegt und wie das zu verstehen ist, warum dieses Land diese ganz besondere Geschichte hat. Ja, und wirklich faszinierend, wenn man das jetzt alleine auf dieser Karte hier anschaut, also diese Vielzahl an kleinen Ethnien. Jetzt ist ja der Kaukasus, wir reden von Russland, was das für ein Riesenland ist. Wenn wir jetzt wirklich so im Großen denken, ist der Kaukasus ja eigentlich eine relativ kleine Region, auch irgendwo klar definiert, räumlich, abgeschlossen. Aber dass diese kleine Region so viele verschiedene Ethnien beherbergt, die auch zum Teil ihre eigenen Sprachen haben, das ist wirklich faszinierend. Das sind auch echt einige Namen, also die hat man auch noch nie wirklich gehört. Die Tabasaran, das klingt wie aus irgendeinem Karl-Mai-Roman oder sowas. Aber das liegt ja letzten Endes auch einfach an der Landschaft, wie das Land aufgeteilt ist. Es ist halt ein sehr, sehr bergiges Land und hat eben sehr, sehr viele unzugängliche Seitentäler und so weiter, sodass das auch das bedingt, dass sich auch kleine Gruppen irgendwo weiterentwickeln können, die dann irgendwie ganz eng zusammenhalten, auch eine gewisse Konkurrenz auch untereinander haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was man sich echt von Anfang an klarmachen muss, ist, dass es halt so in Ost-West-Richtung einen großen Gebirgszug halt gibt. Also diesen Hauptkamm des Kaukasus. Und der irgendwie diese Kaukasus-Region natürlicherweise in zwei Teile einteilt. Nordkaukasus und Südkaukasus. Und die haben durchaus eine unterschiedliche Geschichte und auch eine unterschiedliche Entwicklung einfach genommen. Und es ist gerade der Nordkaukasus, auf den wir heute überwiegend schauen werden. Und dort ist dann auch diese Vielfalt von Etten. Im Süden ist es eigentlich historisch relativ klar, dass halt Armenien, dass du Georgien, Aserbaidschan, das ist natürlich nicht stabil. Aktuell erst, es ist ein paar Monate erst her, dass Armenien und Aserbaidschan wieder einen heißen Krieg ausgefochten haben miteinander. Aber diese Länder sind grundsätzlich eigentlich schon sehr alt. Und es werden die Grenzen immer wieder ausgefochten. Aber im Grunde Georgien, Armenien, Aserbaidschan, das sind alte Länder. Aber in Nordkaukasus, wow, da ist dieser Flickenteppich. Da entstehen ständig neue Sachen. Und das ist, was wohl so heute im Mittelpunkt ist. Und es ist eigentlich entscheidend zu verstehen, dass es dort diese zwei Trennungen, also Nord- und Südkaukasus gibt. Genau, wobei auch der Südkaukasus, wenn wir jetzt gerade an Georgien denken, sich dann auch noch mal in so Einzelregionen wie Süd-Ossetien oder Swanezien oder Abrasien aufteilt. Also auch da ist eigentlich so ein Flickenteppich. Aber interessanterweise im südlichen Kaukasus, da haben sich mit Georgien und Armenien im Mittelalter zwei christliche Königreiche gebildet. Umgeben aber von muslimischen Großreichen. Wenn wir jetzt an das persische Großreich oder das osmanische Großreich, und im Norden wiederum, da kam es nicht zu diesen größeren Staatenbildungen, wobei man da die Czech Hessen vielleicht noch mal etwas ausklammern muss. Da hat man aber Volksgruppen, die überwiegend muslimisch sind. Das ist so eine grobe Unterscheidung. Südkaukasus eher christlich, Nordkaukasus eher muslimisch. Und interessanterweise die Südkaukasus-Völker, die christlichen, sind von muslimischen Großmächten umgeben gewesen. Während die muslimischen Nordkaukasus-Völker von der christlichen Großmacht Russland dann bedrängt wurden. Also ein bisschen spiegelverkehrt, wenn man so will. Also eine Region, die aus verschiedener Hinsicht super interessant ist. Ich selbst bin auch schon dort gewesen. Also ich habe den Nordkaukasus schon bereist. In Tschetschenien war ich leider nicht. Ich habe es bis zum Grenzfluss, bis zum Terek geschafft. Habe aber viele Impressionen in dieser Region eigentlich sammeln können. Also ich war zum Beispiel in Ossezien oder Karabino-Balkarien und in der Region Stapropol. Also sehr, sehr schön landschaftlich und sehr nette Menschen, die mir dort begegnet sind. Wow. Du weißt ja, ich bin auch ein viel gereister Mann. Aber hey, Kaukasus, das klingt nun wirklich echt nach Abenteuer. Also wann warst du denn da? In welcher Zeit? In 90er, kurz nach der Sowjetzeit, warst du ziemlich instabil. Aber ein Abenteuer ist es, glaube ich, immer, wenn du in Kaukasus reist. Besonders Nordkaukasus. Erzähl mal, wann warst du denn da? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ich war Anfang 2019 dort oder nee, so im Frühling. Und das war auch ganz witzig. Ich habe die Reise vorher über so ein russisches Reisebüro gebucht und der Mann dort im Reisebüro, der ist fast vom Hocker gefallen, als ich ihm gesagt habe, wo ich hin will, hat mir ganz dringend von der Reise abgeraten, hat mir versichert, wenn ich da als Deutscher hinfahre, wird man mich entfühlen und mir die Ohren abschneiden. Das hat er, glaube ich, dreimal gesagt. Und tatsächlich war es dann aber so, als ich dann dort war, waren die Menschen extrem herzlich und nett zu mir und gerade als Deutscher ist man in dieser Region äußerst beliebt. Also das ist fast schon wie so ein Edelprädikat, deutsch zu sein, wenn man im Kaukasus ist. Dann sind dir die Herzen eigentlich so, Stellmenschen schlagen dir entgegen. Und gerade... Weil ja im Zweiten Weltkrieg die deutschen Truppen bis zum Kaukasus ja gekommen sind. Das war ja ein strategisch wichtiges Ziel. Ich weiß nicht, ob wir da auch, werden wir bestimmt im Laufe unserer kleinen Diskussion da auch noch darauf eingehen. Aber da ist ja interessant. Also die Leute wissen schon, wer Deutsche sind. Die haben damals deutsche Panzer kennengelernt. Aber vielleicht eben gerade, weil ja die Deutschen wiederum im Krieg waren mit Russland. Und das, glaube ich, schon so etwas Verbindendes ist im Nordkaukasus. Bei all diesen Ethnien, gerade eben den ganzen islamischen Ethnien. Wobei auch noch zu klären ist, welche Art von Islam die anhängen. Und auch da gibt es eben Unterschiede. Aber was die, glaube ich, alle eint, sind ihre Ressentiments gegenüber Russland. Weil sie halt dieses große Reich in ihrer Geschichte halt eigentlich immer so als eine große Bedrohung gesehen haben. Und dann der Feind meines Feindes ist wieder mein Freund. Ja, wobei auch das sich, glaube ich, vor Ort wieder teilweise relativiert. Was ich witzig fand, ich hatte in der Stadt Mosdok. Mosdok ist eine Stadt, wo ein russischer Militärstützpunkt ist. Also wenn jetzt in dieser Region irgendwo wieder ein Konflikt ausbrechen sollte, dann würden die russischen Truppen von Mosdok aus dort intervenieren. Und da war ich. Und da gibt es so eine Art Bazaar, so einen Markt. Der ist auch abgeriegelt durch so ein Tor mit Sicherheitskräften, wenn man dann da so einkaufen möchte. Und die Security-Leute dort waren Tschetschenen. Und als ich schon reinkam, habe ich irgendwie sofort bemerkt, dass die mich irgendwie sofort im Auge hatten. Also sie haben mich wohl sofort als Fremden erkannt und guckten immer und redeten miteinander und guckten die ganze Zeit. Und ich habe schon gedacht so, okay, mal sehen, was ich jetzt für ein Problem habe. Und irgendwann kamen sie dann auch auf mich zu. Und naja, und ich hatte halt auch immer so im Hinterkopf, wie mir vor dieser Region ja abgeraten wurde, dort hinzureisen. Naja, und die kamen dann halt auf mich zu und waren dann aber total nett und wollten eigentlich nur von mir wissen, woher ich komme. Sie hatten so rumgeraten und hatten auch schon auf Deutschland getippt und waren schwerst begeistert, dass sich ein Deutscher dort auf diesem Bazaar verlaufen hat. Und da habe ich ein total nettes Gespräch mit denen geführt. Die Erfahrung habe ich übrigens auch ganz oft gemacht auf meinen Reisen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, also es gibt auch wirklich Gegenden, wo man vielleicht auch nicht hinreist, weil dort Krieg ist. Und ich meine, warum sollte man sein Abenteuer suchen, wo andere Leute Krieg haben? Schon klar. Aber das habe ich ganz oft schon erlebt, dass es halt da Bedenken gibt. Oft auch eben in dem Fall hier ein russisches Reisebüro, da denkt sich, was machst du da? Aber wenn man dann tatsächlich in solche Länder geht, die Leute wissen ja, dass sie auch vielleicht so ein negatives Image haben, so einen negativen Ruf. Und dann freuen die sich vielleicht sogar, wenn du kommst. Und gerade in den orientalischen Ländern, ich weiß auch viele muslimische Länder, Gastfreundschaft ist auch ein großes Ding. Wenn du dort als Reisender bist, also das habe ich nie erlebt, dass du dann dort irgendwie einfach alleingelassen wirst. Die Leute haben auch ein Bedürfnis, also die kümmern sich um den Gast. Wenn du da in irgendeinem Dorf bist, dann ist Gastfreundschaft heilig. Was wir modernen Westler vielleicht auch schon längst ein bisschen verlernt haben. Absolut. Und auch das Essen ist im Kaukasus phänomenal gut. Also es ist ja die Heimat des Schaschlik. Also wer Schaschlik spießt im Markt, dort gibt es die Besten auf der ganzen Welt. Ich habe es überprüft. Aber vielleicht steigen wir jetzt mal so ein bisschen tatsächlich in die Historie ein. Ja, und wenn wir uns Tschetschenien mal nähern wollen, dann habe ich mir überlegt, machen wir es vielleicht das erste Mal über die Sprache. Und das Tschetschenische gehört zur nordostkaukasischen Sprachfamilie. Und die gliedert sich dann auch noch wieder in andere Sprachen. Dann gibt es dann den Zweig der nachrischen Sprachen. Und ein Unterzweig dieses Sprachzweiges, das sind dann die weinachrischen Sprachen. Ja, und das weinachrische, das untergliedert sich in das Tschetschenische und das Ingoschetzische. Ja, das sieht man hier auch auf der Karte. Da sieht man die Republiken Dagestan, Tschetschenien und links davon Ingoschetzien. Und die Ingoscheten oder auf Russisch Ingusch, die sind ganz, ganz eng verwandt mit den Tschetschenen. Also das ist schon sehr schwierig, diese beiden Volksgruppen eigentlich voneinander zu trennen. Politisch hat sich die Trennung vor allem auch dadurch herausgebildet, dass die Ingoscheten sich nicht in dem Ausmaße, wie die Tschetschenen an den Kämpfen gegen die Russen beteiligt haben, sondern sich mehr mit den Russen arrangiert haben. Aber beide Volksgruppen sind ganz, ganz eng miteinander verwoben. Also das ist ein Unterschied wie Deutschland und Österreich. So, das nochmal so als kleines Detail. Und interessant ist auch, dass die tschetschenische Schriftsprache ist noch gar nicht so alt. Also in der Sowjetunion hat man angefangen, den Tschetschenen praktisch ihre Sprache zu verschriftlichen. Ja, mit dem Kyrillischen und ich glaube auch eine Zeit lang mit dem Lateinischen Alphabet. Und kein Schriftsystem war bisher in der Lage, eigentlich all die Laute und vor allem Vokale, die diese Sprache beinhaltet, adäquat abzubilden. Und rein historisch ist es auch so interessant. Ich hatte ja schon gesagt, diese Sprache ist mehr oder weniger isoliert. Sie hat kaum verwandte Sprachen. Aber man hat herausgefunden, dass sie wahrscheinlich mit dem Huritischen verwandt ist. Und das Huritische ist eine Sprache, die im ersten bis dritten Jahrtausend vor Christi in der Region Ost-Anatolien und Mesopotamien gesprochen wurde. Also es gab ja zum Beispiel dieses Großreich der Hittiter. Und da gab es die Stadt Hattuscha. Ich weiß nicht, ob Hattuscha die Hauptstadt der Hittiter war, aber es war zumindest eine der großen Städte. Es ist heute noch so ein archäologisches Ausgrabungsfeld in der Türkei. Und unter anderem in Hattuscha hat man Huritisch gesprochen. Und das verstehe ich richtig. Also dieses Huritisch, weil das ist ja auch schon eine super interessante Geschichte, wenn man sich das mal vorstellt. Wir reden ja von diesem kleinen Land Tschetschenien. Keine große Ethnie. Die haben so eine alte Sprache, die bis in die, hier zum Teil drittes Jahrtausend vor Christus zurückreicht. Das sind dann allein schon von dem Zeitraum, das ist ja schon wirklich ganz enorm. Und du hast es so angedeutet, es ist wahrscheinlich. Wie gesichert ist das? Und wie kann man sowas überhaupt erforschen? Ist es sozusagen Schriften, die man aus dem Hittiterreich archäologisch gesichert hat? Das ist immer schon so super schwierig, oft weil die halt keine Vokale hatten. Das ist ja beim Ägyptischen ja genauso. Dass es dann super schwierig ist, da rauszufinden, wie ist diese Schrift phonetisch gewesen? Wie wurde es gesprochen? Aber hat man dort eben Hinweise drauf bekommen und ist es wirklich ein offensichtlicher Link? Kann man also sagen, dass sozusagen die Tschetschenen, deren Vorfahren in diesem Hittiterreich zu finden sind? Aber der zeitliche Sprung, der ist halt riesig. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Also man vermutet, dass diese Sprachen verwandt sind. Aber eben beim Horritischen ist es halt auch so, man hat Keilschrifttafeln. Mehr hat man ja nicht. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Also da bin ich auch jetzt zu wenig Sprachwissenschaftler, Altorientalist, um jetzt im Detail zu sagen, woran man diese mögliche Verwandtschaft festgemacht hat. Nur so eine sprachliche Verwandtschaft, nehmen wir mal an, sie besteht, ist ja noch kein zwingendes Verwandtschaftsverhältnis der Volksgruppen. Man denke jetzt mal beispielsweise an, keine Ahnung, zum Beispiel Nigeria. In Nigeria, in Afrika, da sprechen sehr viele Menschen Englisch. Ja klar, weil es eine englische Kolonie war, die englische Sprache ist dorthin gekommen. Trotzdem besteht ethnisch keine Verwandtschaft zwischen Nigerianern und Engländern. Insofern, nur weil irgendwo dieselbe oder eine ähnliche Sprache gesprochen wird, heißt es noch nicht, dass die Volksgruppen automatisch voneinander abstammen. Es kann aber sein, dass diese kaukasischen Volksgruppen mit den Huritern verwandt sind. Vielleicht hatten sie gemeinsame Vorfahren. Vielleicht sind es die Nachfahren der Huriter, wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie nur die Sprache übernommen und weiterentwickelt. Oder halt eben die Theorie ist falsch und diese Sprachverwandtschaft besteht halt nicht. Es ist aber die einzige existierende Theorie, die überhaupt irgendein älteres Volk mit dieser Sprache in Verbindung bringt, was nachgewiesen ist. Es ist ja auch irgendwo erstaunlich, weil eben Tschetschenien Nordkaukasus ist. Und das Hittiterreich ja in diesen Ebenen, das hier im Süden war. Und das ist dann ausgerechnet im Norden dann sozusagen, ja, gab es da eine Kolonie oder hat sich das Hittiterreich dorthin ausgebreitet? Interessanter Gedanke. Spannend ist halt auch, und deswegen kann man das auch nicht so einfach abtun und sagen, naja, also es ist Tschetschenisch, ob das so alt ist oder so alte Wurzeln hat. Spannend ist halt eins der anderen kleinen Länder dort in der Region, Armenien. Da ist es ja ähnlich. Armenien, heute so ein kleines Land. Und die meisten Leute kennen das gar nicht oder wissen gar nicht genau, wo das ist. Aber das ist auch so eine unglaublich alte Kultur. Und auch die armenische Sprache. Und vielleicht können wir hier im Rahmen dieser Senderei vielleicht das auch mal so als ein Sonderthema nehmen, wo wir da mal genauer drauf schauen. Aber an der Stelle reicht schon einfach zu erkennen, hey, Armenien gehört auch zu den ganz, ganz alten Sprachen, ganz, ganz alten Kulturen. Also auch da sehen wir so, Kaukasus scheint eben so einer von diesen Urquellen zu sein, wo, ja, vielleicht auch möglicherweise europäische Kultur ihren Anfang genommen hat. Zumindest die Armenier, die behaupten das von sich. Die sagen, das ist eine der Ursprachen überhaupt. Ja, ja, spannend ist auch, die Tschetschenen selber bezeichnen sich als Nocci. Und das heißt so viel wie Enkelsöhne des Propheten Noah. Also es gibt dort diese Überlieferung eben von Noah abzustammen. Und die Arche ist ja auch dort in dieser Kaukasusregion oder irgendwo. Ja, angeblich auf dem Berg Ararat, der wiederum das Nationalheiligtum ist, der Armenier. Und das kann man an der Stelle vielleicht auch sagen, weil ich finde das jedes Mal faszinierend. Die Armenier, das sind die Menschen, Männer, Menschen von Ar. Ar ist der Sonnengott gewesen. Das ist sozusagen das halt, aus dem auch dann dieses Wort Aria geworden ist. Was heute ja so politisch schwierig ist, historisch schwierig. Aber es ist erst mal ja so ein alter Begriff. Und da kann man auch schon erkennen, wie alt eigentlich diese Sachen sind. Der Berg Ararat, wirklich die ganze Landschaft dort bestimmende. Großer Berg, ich glaube es sind 5.000 oder 6.000 sogar. Also richtig hohes Teil. Armenien, die Menschen von Ar. Also da merkt man mal, da gehen die Wurzeln weit zurück dort im Kaukasus. Ja, spannend. Ja, und interessanterweise, sie reichen in diese altorientalische Welt hinein. Das kann man vielleicht festhalten. Dass manche dieser Volksgruppen, wie halt auch die Tschetschenen oder auch die Armenier, eben in diesen Altorient kulturell hineinreichen und damit verbunden sind und in solch alten Traditionslinien stehen. Und dass es dort in dieser Kaukasus-Region auch scheinbar diese Traditionslinie gibt, sich auf Noah zu beziehen. Als nachfahrendes Noah. Ich denke jetzt mal, es gibt auch diese anderen Geschichten, Nachfahren Ismaels oder Nachfahren Abrahams, abrahamitische Religion. Und hier hat man eben diesen Strang, sich auf Noah zu beziehen. Und das finde ich insofern auch beachtlich, weil es ja auch Theorien gibt, die versuchen, die Sintflut historisch oder geografisch irgendwie festzumachen. Und da wird sie auch immer mit dem Schwarzen Meer in Verbindung gebracht. Dass diese Landbrücke zwischen Griechenland und Kleinasien, ja, da wo heute Konstantinopel ist, dass dort eine Landbrücke bestand und die gegebenenfalls dann irgendwann gebrochen ist und es zu so einer Art Überschwemmung kam. Und ich meine, dass diese Theorie so funktioniert, dass das heutige Schwarze Meer gar kein Meer war, sondern so eine Tiefebene und die dann vom Mittelmeer aus praktisch geflutet wurde. Und interessanterweise dort in der Kaukasus-Region, also ganz nah am Schwarzen Meer, gibt es dann halt auch diese Traditionslinien, sich auf Noah zu berufen. Faszinierend, ne? Und eigentlich, wo wir schon bei diesen alten Sprachen sind, dann wäre noch ein Land interessant, was auch dort ist, eben Aserbaidschan. Aser, die Azeri, Aseri, Asien. Also auch das ist ja letztendlich, dort fängt irgendwo Asien an. Und da ist auch vielleicht noch ein dritter großer kultureller Player, auch über Jahrtausende gewesen, der auch seinen Einfluss genommen hat in den Kaukasus, nämlich Persien. Und Aserbaidschan ist sozusagen kulturell eng auch an Persien gebunden. Heute von der Sprache her, aber auch dort, da gibt es diese ganzen Feuertempel, Zoroastra-Religion, Zoroastrismus. Das ist auch absolut faszinierende Gegenteil dort. Aserbaidschan. Und selbst heute eben ist das Gas immer noch dort und bestimmt und gibt dem Land einen großen Reichtum. Übrigens, dieses Gas aus dem Schwarzen Meer dort, eben hier im Kaukasus, Gas und Öl, das war auch schon in der Antike bekannt. Und das war tatsächlich die Quelle für das griechische Feuer, was so legendär ist, wo die Griechen es geschafft haben, so Brandbomben zu basteln, die sie dann auf die Schiffe der Perser geschmissen haben. Aber dieses Material, also das Pech, das Brennbare, das kommt eben auch hier aus dem Kaukasus. Also auch, erwähnt es auch nur, dass es eben damals schon ein wichtiger Rohstoff war und wichtige Handelswege auch dort hochgingen. Kaukasus ist auch so ein Nadelöhr irgendwie, wo halt eben diese großen Kulturen zusammenkommen. Und auch heute eigentlich noch nicht wirklich klar ist, wo ist eigentlich genau Europa, Asien, irgendwo ist da eine Grenze. Aserbaidschan ist eigentlich Asiens, finde ich, sagt der Name schon. Und trotzdem wurde, glaube ich, letztens erst so ein europäisches Fußballfinale in Aserbaidschan ausgetragen, weil man das Teil von Europa sieht. Ja, wie auch immer. Das ist echt so ein spannendes Nadelöhr. Aber kommen wir jetzt zu Tschetschenien oder zum Nordkaukasus. Ja, also wir waren jetzt gerade bei diesen möglichen sprachlichen Verwandtschaften. Und um solche Verwandtschaftsverhältnisse weiter nachvollziehen zu können, schaut man sich in der Forschung dann ja auch immer Mythen und Mythologien an. Und interessanterweise haben die Nordkaukasusvölker, obwohl sie ganz unterschiedlichen Sprachfamilien angehören und ethnisch auch ganz anderen Gruppen, doch viele gemeinsame Traditionen und Überlieferungen. Also es gibt auch so eine übergeordnete nordkaukasische Kultur, wenn man so will. Und da sind Mythen sehr verbreitet von Helden, die aus Steinen geboren werden, die so Steingeburten erleben. Und solche Mythen, die finden sich ansonsten auf der Welt dann sehr häufig in Ost-Anatolien, was eben halt auch wieder in diese Region hindeutet. Und wenn wir jetzt von Anatolien sprechen, dann müssen wir auch immer betonen, zu dieser Zeit lebten dort noch keine Türken. Denn Türken sind erst im Mittelalter dort eingewandert. Also für die unter unseren Zuschauern, denen das vielleicht noch neu ist, also die heutige Türkei ist so ein Gebiet, wo viele Volksgruppen und Völker im Laufe der Geschichte gelebt haben und sich auch gemischt haben. Und ich denke auch spontan, wenn ich Steingeburt höre, natürlich auch in den Mithras-Kult. Der Gott Mithras wird auch aus einem Stein geboren. Und der kommt ja ursprünglich, ich meine, wir sehen ihn vor allem natürlich in der römischen Welt, haben bei den Katakomben in der Sendung, die du über die Katakomben gemacht hast, da wurde auch da viel darüber gesprochen. Also in Rom ganz spannend, aber der Ursprung von Mithras und auch der Name und einiges von den Glaubensmustern, das kommt ja aus Persien. Das sind diese Feuerkulte. Ja, und vor allem auch aus der Region Klykien, die auch in der heutigen Türkei liegt. Und es gibt dann halt auch eben Versuche, ja, so Gottheiten, die man von diesen Keilschrifttafeln, ja, der Hurita kennt, sprachlich dann mit Bezeichnung von alten Göttern der Kaukasusvölkern in Einklang zu bringen. Und da gibt es den huritisch oder hittitischen Gott Teshub oder Taishibar. Und das ist so eine Art Feuergott, Himmels- und Feuergott. Und der hieß dann bei den Tschetschen Sela, bei den Awaren Sop oder bei den Adegay, das sind die Tscherkessen, da hieß er Schible oder bei den Laskian Alpan. Die Namen klingen jetzt für uns erstmal sehr verschieden, aber wenn man das dann etymologisch genau untersucht, dann kann man halt nachweisen, dass da diese Verwandtschaftsverhältnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit bestehen. Und ja, interessant ist auch, dass die Tschetschenen in heidnischer Zeit einen Sonnengott verehrt haben, den sie Malkadela nannten und sich meiner Meinung nach, soweit ich weiß, auch selber ja, irgendwie als Menschen der Sonne bezeichnet haben. Das gibt es ja häufig, dass so alte Völker für sich so einen Titel haben. Ich glaube, bei den Albanern ist es so, die haben sich als Adlervolk bezeichnet. In Armenien waren wir gerade die Menschen von Haare. Naja, und bei den Tschetschenen, das waren halt die Menschen der Sonne. Und ja, dann interessant ist halt auch, sie waren halt noch Heiden lange Zeit, während um sie herum ja schon christliche und muslimische Reiche bestanden. Und sie wurden dann irgendwann islamisiert, aber nur sehr oberflächlich. Also der Islam hat eigentlich bis ins späte 18. Jahrhundert es nicht geschafft, diese Region vollständig zu absorbieren, sie wirklich zu islamisieren. Also es hat sich, der Islam hat sich dort immer mit ganz vielen Volksbräuchen und Volksgesetzen gemischt. Und bei den Tschetschenen gibt es dafür auch diesen Begriff Adat. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig genannt. Für dieses eigene Gesetz, wenn man so will, für ihre Volksgesetze. Also wo dann Blutrache geregelt ist und Erbschaft und so ein Gewohnheitsrecht. Das ist eigentlich auch überhaupt eine interessante Frage. Ich meine, warum hat das so lange gedauert, bis sie überhaupt diese großen Religionen angenommen haben? Ich meine, hier Georgien, was wir schon erwähnt haben, das ist ja, glaube ich, das erste christliche Königreich überhaupt gewesen. Das heißt, da ist, und auch Armenien hat eine der ganz alten, also eine der ersten Kirchen. Die haben ja heute immer noch ihre eigene Kirche. Das ist nicht orthodoxe Kirche oder ist es nicht russisch-orthodox, nicht griechisch-orthodox, nicht katholisch. Es ist armenisch-orthodox. Und es ist eine ganz, ganz alte Kirche und auch ein altes Recht. Wir sprechen auch gerne mal über diese alten Rechtsgeschichten. Was du heute noch sehen kannst, wenn du in Jerusalem bist, an der Grabeskirche, wo sich so diese großen christlichen Fraktionen so auf Augenhöhe begegnen und armenische Kirche. Ich meine, da gibt es nicht viele Leute, die dir angehören, aber die hat dort ganz, ganz alte Rechte. Und das ist eigentlich interessant, oder? Wenn man schaut, dass also Georgien, Armenien schon ganz, ganz früh das Christentum angenommen haben, aber dann eigentlich ihr Nachbarland, dass es letzten Endes überhaupt niemals christianisiert wurde. Und selbst der Islam dann erst zu so einer späten Zeit, du hast gesagt, 18. bis 19. Jahrhundert, hast du gerade genannt, dass sie es erst angenommen haben. Woran liegt es? Waren dir auch diese nordkaukasischen Ethnien, die Tschetschenen, du hast es schon erwähnt, die hatten ihre eigenen Götter, ihre eigene Religion. Waren die da auch kulturell so wieder borstig, wieder spezelt, dass die einfach keine Missionare zugelassen haben? Und es ist halt einfach dann so lange gedauert, bis halt dann irgendwann dann doch der Islam dort Fuß fassen konnte. Also haben die dort sozusagen ihre Kultur so verteidigt und andere große Religionen einfach nicht reingelassen, die Missionare? Der Islam hat natürlich schon früher dort Fuß gefasst. Sie waren Muslime. Nur hat der Islam rechtlich, also ich denke jetzt an die Scharia, das islamische Recht sich dort nicht durchsetzen können. Sie hatten ihr eigenes Recht nach wie vor. Es war also eine Mischform, die entstanden war. Und wir werden da gleich noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Aber ich will jetzt noch so ein weiteres Puzzlestück eigentlich für dieses Gesamtbild einfügen. Ja, diese Karte, die wir da jetzt sehen, das ist das Großreich der Kasaren. Und die Kasaren waren ein Turkvolk, also wilde Reiterkrieger, die dieses große Reich erobert haben und die interessanterweise nicht das Christentum oder den Islam angenommen haben, sondern das Judentum. Also die sind zum Judentum konvertiert. Gesichert ist, dass ihre Oberschicht zum Judentum konvertiert ist. Inwiefern das gesamte Kasarenvolk dann jüdisch war, ist in der Forschung umstritten. Tatsache ist aber, es gab im späten Frühmittelalter ein jüdisches Großreich. Und das Kerngebiet dieses Großreiches, das war im Nordkaukasus. Und insofern waren da natürlich all diese nordkaukasischen Völker, sofern sie dort zu dieser Zeit schon lebten, aber im Fall der Tschetschenen oder der Weihnachen war das schon der Fall, Teil dieses Reiches. Also das muss man auch nochmal verstehen für all diese religiösen Einflüsse. Und jetzt könnte man dann natürlich auch die Frage stellen, warum sind dann auch die Nordkaukasus Völker nicht zum Judentum konvertiert? Es wäre ja auch denkbar gewesen, wenn man Teil ist eines jüdischen Großreiches. Ja, ja. Und diese Geschichte mit dem Kasarenreich, das ist natürlich sowieso ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber auf der Karte kann man das auch sehr schön sehen. Und diese Geschichte spielt es ja wieder. Da gibt es ja Anekdoten, dass sich damals der König von denen halt entscheiden musste. Und auch da wird wieder deutlich, dieser Druck, den diese Region ausgesetzt war, eben von diesen zwei großen Kulturräumen. Von oben kam halt ständig der Druck irgendwie der Christianisierung von oben oder auch vom Westen kommt. Hey, werdet Christen so. Und von Persien und von Süden aus oder eher vom Osten, Südosten, kam halt so der Druck, werdet islamischer. Und dann haben sich die Kasaren dort eben dazwischen eingezwängt gefühlt. Und hey, was machen wir? Wenn wir jetzt die eine Seite wählen, dann haben wir es uns mit der anderen dann auch verspielt und drohen dort dann unterzugehen. Die werden uns dann erobern. Dann sind wir sozusagen die Frontlinie auf einmal. Und das ist eigentlich so eine geniale Idee, wenn es denn so stimmt. Es ist auch dann viel mütig. Aber hey, so viele Quellen gibt es nicht aus dieser Zeit. Aber das scheint schon so gewesen zu sein, dass die eben, wie du gesagt hast, zumindest die Oberschicht dieses, den jüdischen Glauben angenommen hat. Weil dadurch hat der König gedacht, okay, die jüdische Religion, die ist ja nicht, auch aus Sicht der Moslems und auch aus Sicht der Christen, ist ja nicht heidnisch, sondern das wird dann zumindest respektiert als gläubig. Und okay, wenn das Juden sind, dann fällt schon mal die Legitimität weg. Ja, das sind einfach Heiden, die man jetzt hier unterdrücken und bezwingen kann. Und ob dann die Strategie auf Dauer dann funktioniert hat, das ist die nächste Frage. Aber diese Geschichte vom Volk der Kazan ist natürlich hochinteressant und hat auch dann zu tun letzten Endes mit dem weiteren Verlauf der jüdischen Geschichte. Da gibt es auch dann diese große Trennung, das Ostjudentum und ganz viel von jüdischer Kultur, was heute auch Teil von jüdischer Kultur ist, hat eigentlich dort auch seine Wurzeln. Und das ist auch interessant. Also immer wieder dort Kaukasus als so eine kleine Region, aber aus der irgendwie ganz viele Impulse kommen, die dann nachhaltig irgendwo wirken. Ja, absolut. Und ja, also über dieses Kasarenreich, da müssen wir gesondert nochmal drüber sprechen. Ich wollte es halt nur hier einbringen, damit nochmal klar wird, auch das hat hier in diesen ganzen Komplex hineingewirkt. Jetzt sehen wir hier eine Karte, die ganze Region um das Jahr 1000 nach Christi. Da sieht man auch noch rechts oben so einen Rest des Kasarenreiches. Das Kasarenreich ist schon längst untergegangen und hier haben sich, es sieht eigentlich fast schon aus wie heute noch. Es gibt diese vielen kleinen Volksgruppen und Staaten, Fürstentümer. Und was interessant ist für die kaukasische Geschichte, was man oft auch verstehen muss bei den vielen Kriegen und Konflikten, für die Kaukasier war oft die Angehörigkeit zu einem Fürstentum wichtiger oft noch als die nationale oder sprachliche Verbindung. Das heißt, es gab dann auch innerhalb der Volksgruppen immer Unterfürstentümer und Regionalherren, die dann vielleicht mit den Russen oder mit den Persern kooperiert haben und andere wieder nicht. Also die ganze politische Situation dort war schon immer extrem verworren. Hier sieht man jetzt einen tschetschenischen Krieger. Das ist wahrscheinlich so 17. Jahrhundert. Und da können wir jetzt ja auch vielleicht dann so langsam in die konkretere politische Geschichte dieser Region einsteigen. Und ja, mach einmal. Ich schmunzle gerade, weil ich mir überlege, 17. Jahrhundert, naja, aber wenn ich mir die Waffe anschaue, könntest du mir vielleicht schon 18. Jahrhundert sein? Du weißt, wir haben hier gutes Publikum und die Leute, die achten auf sowas, die sagen, guck dir mal diese Flinte an, das ist 18. Jahrhundert oder so. Aber wir wissen es natürlich nicht, wir sind ja keine Experten. Ich bin auch nicht 100 Prozent sicher. Ich habe, um ehrlich zu sein, das geschätzt. Ich glaube, im 18. Jahrhundert, da hatten sie noch mehr diese typischen Tscherkessenjacken oder Mäntel. Die werden wir aber später noch sehen. Aber eine wichtige Zensur eigentlich in der Geschichte des Nordkaukasus ist das Jahr 1567. Und da errichtet Ivan der Schreckliche, der russische Zar, die Festung Terki auf der linken Seite des Terek. Das ist genau die Region, wo ich selbst gewesen bin. Der Terek ist dieser Grenzfluss zu Tschetschenien. Und ringsum... Tschetschenien und Russland. Genau. Und genau dort, rund um diese Festung, siedeln sich dann Korsaken an. Die Terek-Korsaken. Ja, Korsaken-Verbände sind oft nach Flüssen, an denen sie siedeln, benannt. Ich denke jetzt an die Don-Korsaken oder die Epa-Korsaken. Und hier sind es halt die Terek-Korsaken. Und das heißt auch seit, ich meine, das sind ja auch bald 500 Jahren, siedeln also Russen auch in dieser Region. Und dieser Festungsbau und diese Ansiedlung der Korsaken dort, das ist auch mit der Anfangspunkt historisch so der Korsakenbewegung. 1587 entsteht dann das erste richtige Korsaken-Heer. Und dadurch spielt seit dieser Zeit Russland dort eine Rolle. Das ist aber... Charles, lass uns vielleicht mal kurz noch erklären, was eigentlich Korsaken sind. Weil das auch nicht jeder weiß. Ich meine, die meisten von uns denken da vielleicht an den Korsaken-Zipfel hier von L'Oreal und so und irgendwas Lustiges. Und aus dem Krieg kennt man auch noch solche Geschichten mit den Korsaken und so. Da hat das was mit Pferden zu tun. Aber es ist eigentlich eine interessante Geschichte. nur mal um den Begriff zu klären, Korsaken, das sind russische Wehrbauern, oder? Also eigentlich war das gar keine eigene Ethnie, sondern das ist irgendwann eine eigene Ethnie geworden. Aber ursprünglich waren es Wehrbauern, die das russische Reich so an den Provinzen aufgebaut hat, die halt an den Grenzen nah waren. insbesondere, wo es dann eben diese große Kulturgrenze gab, hin zu Asien, zum Islam, zu Persien und so weiter. Und in diesen Provinzen hat man Wehrbauern angesiedelt. Das heißt, man hat denen Land gegeben, das war dann ihr Land und da hatten die dann auch eine Motivation, ihr Land dann zu verteidigen. Und daraus hat sich aber dann irgendwann doch auch eine eigene Ethnie auch entwickelt, mit einer eigenen Kultur, die wir jetzt als Korsaken identifizieren. Aber das ist so, deswegen ist auch diese Wehrhaftigkeit der Korsaken da, weil das von Anfang an der Hauptzweck war von ihnen. Sie sind Wehrbauern, sie sind Kämpfer. Also die jederzeit, wenn Bedrohung ist, auch hier die Sense von der Ernte weglegen und wirklich zum Kampfe kommen können. Und gerade, weil sie eben auch große Länder dort sind, halt vor allem noch fährt, um diese Entfernung zurückzulegen. Oder kann man es so sagen? Das kann man so vereinfacht sagen. Vor allem waren die Korsaken keine Leibeigenen. Also das ist das Wichtigste. Genau, freie Bauern waren die, die haben Land bekommen. Das war ein super Anreiz. Das war dann dein Land und das hast du auch verteidigt und dann ganz viel Ehre daraus gezogen. Und da kommen dann diese ganzen korsakischen Militär, ja man kann schon sagen, militaristischen Traditionen auch her, weil das eben so eine lange Geschichte hat und auch jede Generation auch gekämpft hat und das nicht nur irgendwie Folklore ist. Ja, und das Interessante bei den Korsaken war auch, dadurch, dass sie an diesen Grenzregionen diesen engen Kontakt zu solchen Völkern hatten, jetzt wie beispielsweise den Tschetschenen oder den Reiternomadenvölkern in Sibirien, haben die Korsaken ganz viele Elemente, gerade im Militärbereich, aus diesen Kulturen übernommen. Also beispielsweise so diese typische Korsakentracht, das ist, wie gesagt, dieser Tschetschenmantel, teilweise die Waffen, die Kampfweise zu Pferde, sie waren ja auch so eine Art Reiterherr. Ganz, ganz spannendes Thema, vielleicht auch nochmal Stoff für eine eigene Episode der politischen Anomalien. Also könnt ihr auch, ihr liebe Freunde, liebe Zuschauer, meldet euch, gebt mal eine Rückmeldung, wie ihr das finden würdet, ob euch die Geschichte der Kosaken nochmal näher interessieren würde. Aber wenn wir jetzt hier weitermachen mit der kaukasischen Geschichte, dann ist es, ja, was ist so der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist der, das Königreich Georgien, das hatten wir auch schon gesehen, dieses christliche Königreich im Südkaukasus. Das war ja bedrängt zwischen diesen beiden muslimischen Machtblöcken, Persien und dem Osmanischen Reich. Und irgendwann haben die Georgier die Russen um Hilfe gerufen und haben sich als, ja, als Klientelstaat, muss man sagen, den Russen unterstellt. Sie wurden sowas wie eine russische, entklar waren, die russische Oberhoheit freiwillig angenommen, aber dafür musste Russland ihnen Schutz gegen diese muslimischen Großmächte gewähren. Und damit Russland dann auch Truppen jederzeit nach Georgien entsenden kann, haben die Russen eine Straße durch den Kaukasus gebaut, die sogenannte georgische Heerstraße. Und die führte dann von den nordkaukasischen, schon von Russland eroberten Gebieten durch den Kaukasus nach Georgien. Aber die führte direkt ja an dieser Region in Gushetien, Tschetschenien, Dagestan vorbei. Und dadurch, dass auf dieser Heerstraße jetzt immer Präsenz von Russen war, russischen Truppen, aber natürlich ja auch Nachschubskonvois, entfesselte sich mehr und mehr ein Konflikt, weil die Nordkaukasusvölker, die Russen da nicht da haben wollten, als neue Großmacht. Und weil natürlich diese Heerstraße auch immer ein beliebtes Ziel von Überfällen und Plünderungen war, also von auch Raubzügen. Natürlich so, das hat man ja oft in so Bergregionen, dass es so traditionelle Krieger gibt, die dann auch von Raub, Karawanenraub sozusagen leben. Und sowas ist dort auch immer vorgekommen. Und so entstand mehr und mehr dieser Konflikt. Wo wir gerade bei Georgien sind, die Frage müssen wir eigentlich vielleicht noch kurz ansprechen, weil wir erst letztens haben ja jetzt über die City of London gesprochen. Und da haben wir auch über Georg gesprochen und Georgs Orden und George und der Drachentöter und überall auch das Wappen, das rote Kreuz auf weißem Grund. Hey, hier reden wir jetzt von einem Land des Heißgeorgien und rate mal, wie das Wappen aussieht, rotes Kreuz auf weißem Grund. Wo ist die Verbindung dort? Zu England oder zu Georg oder welche Verbindung genau meinst du? Ja, weil es wahrscheinlich unseren Zuschauern halt auffällt. Es ist so wie dasselbe. Ich weiß nicht, ob du da jetzt vorbereitet darauf bist, diese Frage zu beantworten. Das ist eine super Frage. Wir haben sie, glaube ich, auch schon in der Folge über City of London gestellt. Die müssen wir noch näher ergründen. Es wird eine Verbindung geben, Georgien und England, über diese Georgstradition. Ja, ich glaube, was es vor allem geht dort, ist eben die Rittertradition. Wir haben es ja vorhin schon mal irgendwo gesagt, Georgien ist das älteste christliche Königreich. Und da sind wir wirklich in der Zeit, also weit im Mittelalter. Und das war eh klar, dass das so ein Outpost ist, mehr oder weniger. Und dass es auch immer militärischen Schutz braucht. Und deswegen von Anfang an ist es so ein Georgstaat, also wie so ein christlicher Frontstaat, ein Ritterstaat. Und ich glaube, das ist ja die Wurzel, auf die sich ja auch hier Tempelritter und so weiter beziehen, was dann eher so diese englische Geschichte ausmacht. Ich glaube, das ist sozusagen die gemeinsame Wurzel. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch eine direkte oder mittelbare Beziehung noch zwischen Georgien und England. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, es geht wirklich um diesen Archetypen des Ritters und auch dieses Rot-Weißes, des Kreuzfahrers, also des Gründens von christlichen Königreichen. Ich glaube, es hat damit zu tun. Aber hey. Man muss auch noch so bedenken, wenn man jetzt über diese russische Präsenz in dieser Region spricht, dass die Russen ursprünglich nie vorhatten, die Nordkaukasus-Völker eigentlich zu unterjochen oder zu erobern. Den Russen ging es vor allem darum, einen Zugang zum Meer zu bekommen. Russland war ja im 16. Jahrhundert noch ein Binnenstaat, zur Zeit Ivan des Schrecklichens. Die wollten einen Zugang zum Kaspischen Meer, zum Schwarzen Meer, langfristig zum Mittelmeer. Peter der Große hat ja dann später mit St. Petersburg ja auch einen Zugang zur Ostsee letztlich gebaut. Es ging Russland lange Zeit darum, Zugang zum Meer zu bekommen. Und der Weg dorthin, in südlicher Richtung, der verlief nun mal durch den Kaukasus. Und dann ergaben sich natürlich auch andere Sachen, wie dass sich jetzt die Georgier und Armenier freiwillig den Russen dann als Schutzmacht unterstellt haben oder diese Verflechtung in diesen ganzen Kaukasus-Kriegen. Und es gab für die Russen eigentlich zwei Kriegsschauplätze. Einmal im West- und einmal im Ost-Kaukasus. Im West-Kaukasus, da haben sie gegen das Volk der Tscherkessen gekämpft. Und im Osten gegen die Tschetschenen und Dagestaner überwiegend. Und die Geschichte mit den Tscherkessen ist auch ganz interessant. Das endete letztlich damit, nachdem die Russen dort wirklich mit enormer Brutalität am Ende vorgegangen sind gegen dieses Volk, dass die Russen einen Vertrag mit dem Osmanischen Reich geschlossen haben, dass das Osmanische Reich die Tscherkessen als Siedler aufnimmt, also als Flüchtlinge, wenn man so will. Und dann wurden mehrere hunderttausend Tscherkessen umgesiedelt, zwangsumgesiedelt oder vertrieben, muss man sagen. Und bei dieser Vertreibung sind auch Tausende ums Leben gekommen. Und es ist ein wenig strittig, ob es sich dabei um eine Vertreibung gehandelt hat oder um einen Völkermord. Denn rein juristisch muss bei einem Völkermord auch eine Vernichtungsabsicht bestanden haben. Ja, dass die Russen wirklich die Absicht gehabt hätten, die Tscherkessen zu vernichten. Und das halte ich für höchst fraglich, aber es ist interessant, so ich glaube, in der Bundesrepublik, so in unserem Mainstream, ist es tenor, dass es sich um einen Völkermord handelt. Was auch wieder in die heutige Zeit reinreicht. Denn wenn man den Russen jetzt sozusagen den Völkermord nachweisen oder unterstellen würde oder sie schuldig sprechen würde, dass sie den begangen haben, dann könnte man als nächste Frage stellen, inwieweit vielleicht Entschädigungen zu zahlen sind, ob dieses Land zurückzugeben ist. Und wir reden ja, wie gesagt, um eine Region, wo auch noch Öl und Erdgasvorkommen vorhanden sind. Deshalb halte ich auch diese ganzen Geschichten dort, diesen Völkermord jetzt zu postulieren, für sehr heuchlerisch, weil ich gerade so den westlichen Mächten dort ganz andere Interessen unterstellen würde. Zumal, wir reden da vom, dem Prozess, der natürlich über längere Zeiträume ging, aber wir reden historisch, das ist 19. Jahrhundert oder so. Also wo jetzt wirklich die Tscherkessen, die Nordkaukasier, zum Teil systematisch ja vertrieben wurden und wo das, und man hatte die dann irgendwo anders wieder angesiedelt, hat denen dann irgendwo Land gegeben oder war das dann erst später bei Stalin so? Weil der hat das dann auch Nein, 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 das ist 19. Jahrhundert gegeben, oder? Man hat ihm gesagt, nur hier müsst ihr weg und ihr kriegt jetzt irgendwo, was weiß ich, ich meine, Russland ist groß irgendwo. Nein, nein, nicht in Russland, sie haben die Tscherkessen aus der Westkaukasie, Tokasus-Region vertrieben und die wurden im Osmanischen Reich angesiedelt und die Russen haben extra dafür mit dem Osmanischen Reich einen Vertrag abgeschlossen, dass sich die Osmanen bereit erklären, die jetzt aufzunehmen und es gibt noch heute in der Türkei mehrere hunderttausend Tscherkesse-stämmige Menschen und die Tscherkessen sind dann auch in Länder wie Jordanien gelandet oder auch in Israel gibt es sogar noch eine winzige Tscherkessen-Minderheit und interessant ist es, dass in Jordanien sogar im Parlament sind zwei Parlamentssitze reserviert für Tscherkessen, also für Repräsentanten der tscherkessischen Minderheit und auch die haben diese kriegerische Traditionen mitgebracht, also ich glaube, die sind häufig in der Armee anzutreffen, das hat man ja manchmal, dass so Volksgruppen dann so eine militärische Tradition haben, also ich denke jetzt in Indien, da hast du dann die Sikhs, denen man ja auch nachsagt, dass sie dann oft in der Armee sind und in Jordanien hast du, da findest du ein Tscherkessen, sehr interessant, auch so bei der, bei der Geschichte, ich habe ein Buch über die Tscherkessen mal gelesen und das Vorwort dieses Buches wurde von dem grünen Politiker Cem Özdemir verfasst, da habe ich mich total gewundert, wieso hat der dieses Vorwort verfasst und da hat er dann drin geschrieben, dass seine Familie tscherkessische Abstammung ist, also der hat zwar türkische Wurzeln, aber es sind eigentlich Tscherkessen und das hat für mich vielleicht auch so seine anti-Erdogan und türkei-kritische Haltung etwas besser verständlich gemacht. Ja, interessante, hey, deswegen sprechen wir über solche Themen, weil das öffnet einfach unser Horizont, um auch unsere heutige Zeit ein bisschen mehr zu verstehen, also es ist einfach, hey, das ist das, was wir hier machen, eine gute Basis brauchen wir für Bildung, dann verstehen wir auch die heutige Welt besser. Aber hey, lassen Sie mal wieder auf die Bilder eingehen, das sind hier tschetschenische Krieger, die sehen ja schon. Das ist 19. Jahrhundert und da sieht man jetzt auch schon, das sieht dann vom Outfit anders aus als der Krieger, den wir uns davor angeschaut hatten und im 19. Jahrhundert da, ja gar nicht im 19. Jahrhundert, schon im 18. Jahrhundert, ja, schon 1779, da beginnt eigentlich der erste große Aufstieg, Widerstand oder Krieg der Tschetschenen unter Scheich Mansur gegen die Russen, der dann aber scheitert, der wird besiegt und wird dann in Schlüsselburg, heißt die Festung, ist in der Nähe von St. Petersburg, inhaftiert, dieser Anführer Mansur und stirbt dann auch in dieser Haft. Aber da gibt es den ersten eigentlich organisierten Widerstand gegen die Macht der Russen. aber etwas später, im 19. Jahrhundert, da wird es dann wirklich interessant, weil da taucht jemand auf und zwar ist das Imam Shamil. Und das ist gar kein Tschetschene, sondern das ist ein Dagestaner aus dem Volk der Awaren. Ja, das ist aber geografisch im Osten gleich die angrenzende Region und der vereint mehrere Nordkaukasus-Völker unter einer Bewegung, einer politischen Bewegung, um gegen die Russen zu kämpfen und leistet auch wirklich erfolgreichen Widerstand, schlägt auch die Russen in mehreren Gefechten, wendet eine Guerillataktik an und da entbrennt dann also so dieser erste wirklich für die Russen verlustreiche Kaukasus-Krieg. Ich bin gerade auch ganz faszinierend und hier sieht man es auch an der an den der Kleidung, die die tragen. Das, was wir hier vorne unter Brust sind, das ist doch jedes Mal so riesen Mal Patronen, also so Munition. Und ich meine, das ist aber, das hat aber jeder hier, das ist fast schon, da ist sozusagen das, da wo du deine Munition reinsteckst, das ist schon ein, wie soll ich sagen, ein Modeattribut geworden. Also ich meine, mehr kann man einfach nicht zeigen. Weißt du, selbst meine Tracht zeigt, ich bin Kämpfer. Das ist in die Tracht eingegangen. Weil man sieht das ja auf allen Bildern, ist das immer zu sehen. Auch natürlich der Dolch, der nach außen getragen wird, gut, da sind die Tschetschenen jetzt nicht die einzige Kultur, aber das muss man sich auch bewusst machen. Also man zeigt schon nach außen, was man ist und wir sind eine Tradition von wehrhaften Kämpfern. Don't mess with us. Ja, und wir können ja mal weiterschauen. Hier sieht man dann auch so eine Schlachtszene von Kaukasusvölkern gegen Russen, auch irgendwie eindrucksvoll, auch wenn das so ein altes Bild ist. Es zieht einen, finde ich, so in den Bann. Und ja, hier sehen... Auf jedem Bild, auf jedem Bild ist es so, weißt du, dieses Militärische, dieses, was da zum Ausdruck kommt. Auf jedem Bild, was wir bisher gesehen haben. Hier auch. Hier ist der Führer. Das ist noch nicht Shamil, das ist dieser Scheich Mansur, über den ich vorher geredet hatte. Also Scheich Mansur, das ist der erste Aufstand gegen die Russen. Und interessant an seiner Bewegung ist, dass hier das erste Mal dann zum einen so ein politischer Wille sich artikuliert, dass unter einem Anführer, denn die Tschetschenen haben vorher keine, ja man muss sagen, staatliche Struktur in dem Sinne gehabt. Sie haben in Stämmen gelebt und die Stämme sind in Clans unterteilt und diese Clans verwalten sich selbst und haben ihr eigenes Gesetz. Das hatte ich auch schon erwähnt, dieses Adat, nachdem sie ihre Konflikte und Beziehungen regeln. Es hat sich aber keine Herrschaftsschicht, keinen Adel in dem Sinne herausgebildet. Und insofern waren sie, man könnte fast sagen, basisdemokratisch. Mich erinnert es ein bisschen auch an die schottischen Clans und vor allem an die Schweiz. Die Schweiz, das waren ja auch diese ganzen Kantone, wenn man so will, ja so, auch so widerspenstige Bergregionen, die dann in dem Fall nicht gegen die Russen, sondern auch einige Jahrhunderte vorher, aber gegen die Habsburger kämpften und ihr eigenes Staatswesen und ihre Selbstverwaltung ja bewahrt haben. Und unter diesem Mann, unter Mansur, da ändert sich das Ganze aber. Jetzt gibt es einen gemeinsamen äußeren Feind, die Russen und der Islam wird mehr und mehr auch zu einer tragenden Ideologie des Widerstandes und dieses Stammesgesetz, das Adat, wird mehr und mehr durch die Scharia verdrängt. Deshalb hatte ich gesagt, die wirkliche Islamisierung fand erst im späten 18. Jahrhundert statt. Natürlich waren die schon voll Muslime, aber der Islam hatte politisch nicht dieses Gewicht. Aber durch diese äußere Bedrohung, durch die Russen und durch diesen vereinten Kampf gegen die Russen, nimmt das Ganze mehr und mehr an Fahrt auf. Und es gibt fast zur selben Zeit an einem ganz anderen Ort in der Welt eine Bewegung, die man entfernt damit vergleichen könnte. Und das ist interessanterweise der Wahhabismus. Also Muhammad Ibn Al-Wahhab, der hat etwas ein paar Jahrzehnte vorher gewirkt, aber da war es auch ähnlich, dass sich so ein Widerstand in dem Fall war es mehr gegen die Briten gerichtet, gegen diesen Einfluss. Das war vor allem damals, als der Wahhab gelebt hat, war es gegen die Osmanen. Oder gegen die Osmanen, besser gesagt, später dann mehr auch gegen die angelsächsischen Mächte. Du hast natürlich recht. Aber auch da so diese Bewegung, dass sich in Stammesgesellschaften, in tribalen Kulturen dann über starke Anführer nochmal so eine eigene Version der Religion bildet oder so eine eigene Strömung. Und diese Bewegung von Sheikh Mansur, die ist dann immer untergegangen, aber nicht viel später tauchte dieser Mann auf. Das ist Imam Shamil. Er ist wie gesagt kein Tschetschene, er ist aus dem Volk der Awaren, aus Dagestan, aber er hat die Dagestaner und die Tschetschenen geeint in dem Kampf gegen die Russen. und dessen Bewegung war dann weitaus erfolgreicher und ist in vielerlei Hinsicht historisch wirksamer gewesen und kulturell. Und Shamil ist im Jahr 1797 in Dagestan geboren und er starb 1871 in Medina. Und zwar war es dann so, nachdem sein Aufstand gescheitert ist und er kapitulieren musste, da haben die Russen ihn nicht hingerichtet, die haben ihn ins Exil geschickt, haben ihn aber sehr gut behandelt und wie so ein bisschen wie Napoleon auf Elba oder auf St. Helena. Er war zwar im Exil, er war ein Gefangener, hat man ihn nicht erniedrigt oder entehrt sozusagen. Und man hat ihm dann sogar als alten Mann gestattet, dass er auf die Pilgerfahrt nach Mekka gehen darf, also sein Exil verlässt und auf dieser Pilgerfahrt ist er dann in Medina gestorben. Und die Art und Weise, wie die Russen ihn dann zum Ende hin vergleichsweise gut behandelt haben für einen Feind, das ist auch mit die Grundlage dafür, dass es überhaupt in heutiger Zeit zwischen Nordkaukasus Völkern und die ihre Unabhängigkeitsbewegung haben und den Russen irgendwo ja auch Verbindung gibt, ja historisch, dass nicht alles nur von schlimmster Feindschaft geprägt war, sondern auch davon, dass man den Feind irgendwo respektvoll behandelt, dass das möglich ist. Dass man einen Deal machen kann, sozusagen. Dass man einen Deal machen kann, auch mit dem besiegten Feind. Es hat praktisch für die Diplomatie in der Zukunft haben die Russen da eigentlich klug gehandelt. Das finde ich interessant, was du hier sagst. Die Geschichte von ihm erkannte ich gar nicht. Dass es da schon historisch sowas gibt, bei all der Kämpferei, wir können mit den Russen auch einen Deal machen, der uns vielleicht sogar einen recht stabilen Status quo gibt. Da sind wir bei dem Thema, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wir kommen da noch dazu, aber heute hat eben auch dieses Tschetschenien einen ganz besonderen Status ausgehandelt, vielleicht ausgefochten und dann aber auch wieder ausgehandelt mit Putin und mit Russland. Sehr interessant hier, dieses Vorbild, diesen Vorläufer, das war mir neu. Hier sieht man dann die Kapitulation Shamils. Das haben die Russen natürlich in einem Gemälde verewigt, diesen Siegesmoment. Ich weiß gar nicht, welche Figur hier Shamil ist. Ich denke, der Mann so links im Vordergrund, der sich dann dem russischen General seine Kapitulation erklärt. Aber man sieht auch hier an der Bildsprache, es sieht nicht aus wie eine Erniedrigung. Es ist eher so, jetzt wird Frieden geschlossen. Ja, Russland, der russische General ist etwas erhöht, nicht ganz Augenhöhe, aber eine würdevolle Kapitulation. Das ist irgendwie nicht eine Demütigung, wie jetzt, ich denke, jetzt irgendwie so ins Deutsche Reich Ende Erster Weltkrieg oder wenn jetzt irgendwelche Mongolen-Herrscher dann da ihre Feinde alle Köpfen und die Köpfe aufschließen, Sondern ja, hier wird Frieden geschlossen und vor allem aber auch nach einem sehr grausamen geführten Krieg. Das muss man auch dazu sagen. Und was jetzt Shamil und seine Bewegung so interessant macht, man nennt sie auch die Muriden-Bewegung, ist gar nicht so sehr diese politische Geschichte, klar, dass sich diese Stämme vereinen und gegen den äußeren Gegner kämpfen, sondern die, ich sag mal, religiöse Komponente. Und zwar kann man regelrecht sagen, diese Bewegung war sowas wie der politische Arm eines Sufi-Ordens, ja, der Najbandia, der Najbandia-Orden. Und das hatten wir bisher noch gar nicht erwähnt. Ich hatte ja schon gesagt, dass diese Nord-Kaukasus-Völker dann muslimisch waren, aber sie hingen von Anfang an einer besonderen Richtung des Islam an, nämlich dem Sufismus. Und das erklärt vielleicht auch, warum sich die Scharia nicht ganz so schnell dort durchsetzen konnten und diese Vorstellung, weil der Sufismus ist ein mystisch geprägter Islam, ein Islam wie alle mystischen Richtungen, auch in anderen Religionen, der vielleicht eher noch offen ist für fremde Elemente. Und der Najbandia-Orden, der ist ursprünglich im heutigen Usbekistan entstanden, hat sich dann aber in dieser Region Zentralasien ein bisschen in den Kaukasus ausgebreitet und ist bis heute entscheidender Träger des Islams in dieser Region. Da müssen wir, da kommen wir auch später noch mal darauf zu sprechen, weil sich das so seit den 90er Jahren ein bisschen verschoben hat. Aber in dieser Zeit ist das dieser Najbandia-Islam und der hat halt verschiedene Merkmale und zwar ist es im Sufismus so, es gibt diesen Begriff Dicke, das Gottesgedenken. Das heißt, das sind letztlich Techniken, wie der Gläubige sich Gott nähert. So ein bisschen vergleichbar vielleicht wie im hinduistischen Bereich im Yoga. Zum Beispiel die tanzenden Dervische in der Türkei, die sich da so drehen, die betreiben eine Form des Dicke. Und der Najbandia-Sufismus, der hatte einen sogenannten Stillen-Dicke. Das heißt, eine Art stille Meditation, stilles Gebet. Das ist insofern aber bedeutsam, weil in anderen Sufi-Orden, da gibt es halt wie die tanzenden Dervische oder Getrommel oder Gesänge. Es gibt ekstatische Elemente, um sich Gott zu nähern. In dieser Richtung ist es mehr eine stille Innenschau. Und das hat aber auch gewissermaßen die Mentalität geprägt. Diese Orden waren dann auch für die Russen und später für die Sowjets gar nicht so leicht zu kontrollieren, weil die sind nicht aufgetreten und haben laut getrommelt und geschrien. Die sind stiller, die sind schwieriger ausfindig zu machen und auch zu kontrollieren. Und dadurch ist dieser Sufismus auch noch bis in unsere Zeit gewissermaßen auch ideologischer Nährboden für den geistigen Widerstand gegen Fremdmächte. Aber es ist ja trotzdem auch wieder ganz faszinierend, oder? Weil eigentlich sollte man noch meinen, okay, wenn es so eine religiöse Richtung ist, die eher auf Innenschau geht, dann denkt man sich, das klingt eher nach einer sehr friedlichen Religion, das klingt so nach der buddhistische Mönche, dann ist nur noch Peace with you. das finde ich eigentlich sehr interessant, dass die auf ihrer Innenschau dann gleichzeitig aber eine Revolutionär ist vielleicht der falsche Begriff, aber eine Religion auch gehabt haben, die im Dienste des sich Verteidigens war, die im Dienste des Krieges war, das scheint auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so zusammen zu gehen, weil man sich denkt, so Innenschau, das klingt nun wirklich nach ganz brav meditierenden Mönchen, während man sich eher vorstellen kann über Trance oder sowas, dass man dann auch in Trance kannst du auch vielleicht das Energie für den Kampf nutzen oder sowas, aber so diese Innenschau, das finde ich faszinierend, dass ausgene die, die so Hardcore-Kämpfer sind und wirklich jedes Bild, was wir hier sehen historisch, zeigt es so, es gibt kein einziges Bild, wo du keine Baffe zu sehen bekommst, dass die dann so eine vermeintlich friedliche Innenschau gemacht haben, oder was haben sie denn dann entdeckt innen, haben sie dann den Tschetschenen in sich entdeckt da. Interessant, noch spannender wird es mit diesem Bild, das ist jetzt nicht mehr Shamil, das ist ein Zeitgenosse Shamils, das ist Kunta Haji und Kunta Haji gilt auch als der Gandhi des Kaukasus oder der Gandhi des Gandhi-Tschetscheniens und zwar Kunta Haji war auch ein Sufi, aber nicht aus dieser Naschbandia-Richtung, sondern aus der, aus einer anderen Richtung, die heißt Kaderia und die stammen meines Wissens mehr aus der Region Irak und ich glaube auf einer Pilgerreise wurde er dort initiiert und der hat einen religiösen Islam gelehrt, der komplett friedlich war. Also der hat kurz nach auch dem Aufstand des Shamil gewirkt und der hat wirklich wie Gandhi nur Frieden gepredigt und totale Gewaltlosigkeit und und dass man auch die russische Herrschaft akzeptieren kann, solange denn die Russen den Kaukasusvölkern glauben lassen, soll man sich damit arrangieren. Aber gar nicht mal im Sinne so einer Unterwerfung, sondern wirklich das war ein spiritueller Meister, der einfach diesen politischen und weltlichen Kampf verneint hat und interessant ist, in seiner Schule wird natürlich auch eine Form des Dickere praktiziert, hier aber ein lauter Dickere, also die Schüler von Kunta Haji, die wiederum trommeln, tanzen und singen oder ich weiß nicht genau, wie die Techniken sind, aber da ist es mehr ekstatisch. Was ich auch spannend finde, dass sich die religiösen Techniken bei beiden Sufi-Orden unterscheiden und dann auch inwieweit sie sich politisch involvieren. Ja, sehr interessant. Das Ganze erinnert mich auch ein bisschen so an die Entstehung eigentlich des Christentums, also diese jüdisch-römischen Kriege, die ganzen Religionskriege, die ganzen Aufstände, die es in Judäa gab gegen die Römer und die verschiedenen Sekten und so weiter, manche extrem militant gewesen und dann kommt aber auf einmal dann auch eben so eine Figur wie Jesus Christus und ich will jetzt an dieser Stelle gar nicht sagen, wie historisch das ist und wie sehr das ein Narrativ ist, aber es ist in dieser Zeit entstanden, eben da kommt diese Friedensfigur, die dann auch sogar sagt, hey, wir können vielleicht auch mit den Römern Frieden machen, weißt du, wir müssen nicht die ganze Zeit irgendwie Aufstände führen und kämpfen und was ich mich frage jetzt auch in dem Fall, ist das vielleicht auch schon so die Voraussetzung gewesen für einen Deal und es ist, wäre es nicht sogar denkbar, dass ein solcher Mann auch vielleicht von den Großmächten, die mit dem Kaukasus irgendwo immer ihre Probleme hatten, dass die den sogar einführen und sogar anschieben und sagen, hey, so ähnlich wie es im Christentum vielleicht war, wo man sagt, hier wollt ihr nicht die Religion annehmen, sondern so eine friedliche Version des Judentums und ein friedlicher Messias, wäre doch eigentlich viel besser und wäre im Interesse der Pax Romana. Könnte man das hier vielleicht auch vermuten, dass im Sinne eines russischen Imperium Friedens, dass man sagt, komm, wir befrieden diese Region, indem wir so einen Friedensfürsten dort halt auch stärken und dem eine gewisse Legitimation geben? Ich bin mir gar nicht sicher, wie der starb. Ich bin der Meinung, dass der Kunta Hadji, ich glaube, der starb sogar gewaltsam, vielleicht sogar durch die Russen. Auf jeden Fall gab es da noch so ein Ereignis, das nannte sich, glaube ich, Schlacht der Messer. Da haben dann nach seinem Tod irgendwie mehrere hundert oder tausend seiner Anhänger sich so ein Gemetzel mit russischen Truppen dort geliefert und die Kunta Hadji Anhänger waren alle nur mit so Messern bewaffnet. Ich weiß noch gar nicht, wer da gewonnen hat, das habe ich jetzt nicht bis ins letzte Detail recherchiert, aber ich glaube, aber ich habe irgendwann gelernt, komm nicht mit einem Messer zu einer Schießerei. Ja, ich glaube, das war diesen Ekstatikern ziemlich egal. Was aber interessant ist an dieser Figur Kunta Hadji, der ist ernstzunehmend, ernstzunehmend in seiner Friedensbotschaft und er bricht eigentlich dieses Narrativ auf, man muss auch sagen, rassistische Narrativ, was von Seiten der Russen auch schon seit mehr, jetzt bald 200 Jahren so kultiviert wird, die Kaukasusvölker, alles primitive Barbaren, alles Krieger, nur kämpfen, nur kämpfen. Ja, auf der einen Seite, ja, es sind Kriegervölker, aber auch dort gibt es Männer des Friedens und spirituelle Bewegungen, die total friedlich sind und das finde ich irgendwie schön und wichtig ist, hier nochmal zu zeigen, um auch diesen Kulturen gerecht zu werden, sie zu würdigen im Sinne der Völkerfreundschaft. Finde ich das ganz wichtig, diesen Menschen hier zu erwähnen und interessanterweise spielen beide Orden, also der Orden von Kunta Hadji als auch der Naschbandia-Orden heute in Tschetschenien eine Rolle und sind präsent. Und weißt du was, Charles, mit dieser Botschaft des Friedens in diesem doch so kriegerischen Thema, was wir heute haben, das ist wirklich faszinierend, dass da echt so einer, der kommt, der auch seit so kompromisslosen Frieden predigt, sogar sagt, gar nicht, also wirklich wie Gandhi, das ist ja faszinierend und vielleicht nehmen wir das so als eine kleine Friedensbotschaft mit und beenden hier den ersten Teil, weil wir haben noch mehr zu dem Thema, ihr seht es ja auch, wir sind noch immer im 19. Jahrhundert und der Tschetschenien ist auch heute interessant und deswegen haben wir da noch ein bisschen aufzuarbeiten, wollen wir vielleicht an dieser Stelle diese natürliche Zäsur annehmen. Das machen wir genauso. Also liebe Freunde, wir sehen uns dann ganz bald wieder zur Fortsetzung der vierten Episode der politischen Anomalien und der sechsten Sendung zu diesem Thema. Das wird immer chaotischer. So kompliziert wie die Signatur bei der Name der Rose in dieser Bibliothek. Verschlüsselt bei uns, ja. Drei, zwei Leute wissen, wie das System da ist. In dem Sinne, liebe Freunde, wir sehen uns und bis bald. Ciao.